Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Grillen. Ja, da kommt er ja mal wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Wie findest du den? Den Grill sollte man immer schön sauber machen. Röste es, was es wolle. Wow, starkes Wortspiel. Oder pass mal auf, Dirk. Was ist die beste Beilage zu einem Steak? Frag mich mal was. Was? Ein zweites Steak. Oh, der ist aber mal richtig geil. Den muss ich mir auch merken. Ich schreib dir mal auf. Ja, oder wir machen es so. Vegetarier und Männer wie wir haben beim Grillen ja mehr gemeinsam, als man denkt. Frag mal, was denn? Was denn? Beide lassen jedes Mal die Sau raus. Der ist Steak. Ja komm, mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH.